Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Wenn du jetzt aufgepasst hast in der Schule, der Film war Forrest Gump. Jeder von uns hat ihn gesehen, aber oft geht es uns doch in unserem Leben genauso. Viele Dinge kommen in unserem Weg, die nicht so toll sind. Man hat viele Träume, aber die zerplatzen, manchmal einfach wie Seifenblasen. Das Leben geht hoch, das Leben geht runter. Man weiß nie, was man bekommt im Leben. John Bon Jovi sagte, ich werde in der Sackgasse des Lebens nur noch älter. Bekannte Leute, die man irgendwie kennt, erzählen von Geschichten, dass es doch nicht so toll war, wie man einfach gedacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht hast du in deinem Leben Dinge erlebt, Dinge bekommen, die nicht so toll waren. Und vielen Menschen geht das so. Aber es gab jemanden vor 2000 Jahren, der Name ist Jesus. Und Leute haben mich gefragt, was ist denn eigentlich der konkrete Weg? Wie kommt man eigentlich weiter? Das ist auch die Frage, die Menschen heute im 21. Jahrhundert beschäftigt. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Egal, aus welchem religiösen, kulturellen Hintergrund man kommt, Leute beschäftigt das doch. Und dieser Jesus sagte damals, pass auf, ich zeige euch nicht nur hier zwei Kilometer, ich nehme dein Navi oder dein TomTom, sondern dieses Jesus sagte von sich selber, hey, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Er ist das beste Navigationssystem für dein Leben. Wenn du ihm vertraust, kommst du sicher ans Ziel. Und ich kann dir heute nur sagen, mit ihm weißt du wirklich, was du bekommst in deinem Leben. Dazu möchte ich dich ermutigen.